Alles ist soweit gut gelaufen für Herrn Müller. Sein Chef ist zufrieden mit ihm. Gott sei Dank hat er sein Personalmanagementbuch vom Studium aufgehoben. Das hat ihm wirklich sehr geholfen. Doch jetzt ist Zeit für etwas Entspannung. Das habe ich mir wirklich verdient. Würden doch nur alle so nach meiner Pfeife tanzen. Ach Gott, jetzt bin ich schon so lange hier und habe noch keinen Gedanken an Personalführung verschwendet. Da gab es doch auch verschiedene Modelle, oder?